Ja, herzlichen Dank. Wir müssen vielleicht die Präsentation noch switchen. Wobei ich die Sichtweise nicht nur auf Dietzenbach richten werde. Wer mich ein bisschen kennengelernt hat, weiß, dass für mich Dietzenbach nur ein Teil der Region ist. Und Sie haben vorhin den Regionalverband, die 75 Kommunen angesprochen. Ich bin selbst Abgeordneter der Kreisstadt Dietzenbach im Regionalverband. Wir hatten heute Morgen eine Sitzung des Regionalverbandes. Und ich kann das leider nur bestätigen und stoße da auf großen Widerstand, wenn man sagt, die Region müsste noch etwas weiter gefasst werden. Aber ehrlich gesagt, die 75 Kommunen, die momentan im Regionalverband vereint sind, unter dem Metropolgesetz Rhein-Main, das das Ganze ja ein bisschen ordnet, da tun wir uns intern ja schon doch recht schwer, was dann auch die unterschiedliche Farbenlehre angeht. Also ich werde Ihnen den Wirtschaftsstandort Dietzenbach vorstellen, hauptsächlich den Wirtschaftsstandort. Wichtig ist natürlich auch der Wohnstandort, aber wir legen den Fokus heute mal ein bisschen auf den Wirtschaftsstandort. Das ist wunderbar. Wir sind im Kreis Offenbach, für diejenigen, die außerhalb Offenbachs oder des Kreises Offenbachs kommen, 13 Kommunen, 330.000 Einwohner, ja in direkter Nähe zu Frankfurt und mitten in der Region Rhein-Main. Also Kreisstadt hier deshalb, weil der Landrat auch mit angesiedelt ist, die Kreisverwaltung. Wir sind die jüngste Stadt nicht nur im Kreis Offenbach, auch wenn es hier steht im Kreis Offenbach, sondern wir sind eine der jüngsten Städte ganz Hessens. Bundesweit habe ich jetzt nicht geschaut, aber der Altersmeridian von 41, rund 41 Jahren, wenn Sie es vergleichen, gerade bei demografischen Studien, stellen Sie fest, das ist also sehr, sehr niedrig. Da gehen Sie einen Ort weiter, Heusenstamm, sieht man als Heusenstamm da? Nein, ich habe vorhin gedacht, Heusenstamm wäre auch vertreten, stand zumindest auf der Liste. Also da haben wir fast zehn Jahre höheren Altersmeridianen. Also da merkt man dann schon einen relativ großen Unterschied. 12.500 Beschäftigte, da gehe ich später auch nochmal darauf ein, 3.500 Unternehmen am Standort, 35.000 Einwohner, nach Zensus haben wir ein paar verloren, aber das ist allen so gegangen, also sind wir glaube ich nur noch 33.500. Wir wissen noch nicht, wo sie sind. 120 verschiedene Nationalitäten, eine unwahrscheinlich internationale Stadt. Wir haben genauso viele Nationalitäten wie Frankfurt. Das heißt, wir sind zwar erheblich kleiner, aber was die Internationalität angeht, können wir hier durchaus mithalten. Ja, und das ist für uns sehr wichtig, hat auch etwas mit Mobilität, mit Verkehrsinfrastruktur zu tun. Sie sehen es nachher nochmal anhand des Stadtbildes von oben. Wir haben 10.000 Auspendler und wir haben 8.000, Entschuldigung, genau umgekehrt, 10.000 Einpendler und 8.000 Auspendler. Das heißt, die meisten Städte haben einen umgekehrten Saldo. Bei uns ist das also in der Tat so, wir können. Die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, wir haben sie von 2008 bis 2012 mal fortgeschrieben. Wir konnten über 1.500 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze am Standort schaffen. Das nächste direkt. Und das vergleichen wir auch gerne mit dem Kreis Offenbach. Oben links sehen Sie nochmal die Folie davor. Und die unteren Arbeitsplätze, die 4.092, ist jetzt der gesamte Kreis Offenbach, also die 330.000 Einwohner im Kreis zusammengefasst. Und von dem Wachstum 2012 im Gesamtkreis macht Dietzenbach als Wirtschaftsstandort alleine 32% des Wachstums aus. Und seit 2008 rund 40% der zusätzlichen Arbeitsplätze im Kreis Offenbach wurden alleine hier am Standort Dietzenbach neu hinzugebracht. Ja, hier sieht man es jetzt ganz gut. Jetzt nehme ich mal mein Hightech-Gerät. Ich hoffe, das funktioniert. Jawohl. Sie sehen also hier die Bundestraße, die uns durchschneidet, die alte Ortsdurchfahrt und hier rüber eine Kreisstraße. Das heißt, Bundestraße, Kreisstraße durchschneidet das komplette Stadtgebiet. Wobei wir den Vorteil haben gegenüber einigen anderen Kommunen. Wir sind eine Flächenkommune. Wir haben also nicht wie Dreieich, Langen und Rottgau viele kleinere, über die Gebietsreform zusammengefasste Stadtteile, sondern wir haben tatsächlich den Vorteil eines großen Stadtgebietes. Wir haben derzeit, das sehen Sie hier auch markiert, in Violett noch rund 24 Hektar Gewerberestflächen, was im Vergleich im Rhein-Main-Gebiet noch relativ üppig ist. Aufgeteilt in die drei Gewerbegebiete, Nord, Mitte und hier Süd. Davon sind, als Unternehmer wissen Sie das, wenn Sie gebaut haben, Gewerbeflächen werden ausgewiesen. Aber wichtig ist der B-Plan, das heißt der Bebauungsplan, wie schnell kann ich tatsächlich ein Projekt realisieren. 80 Prozent der Flächen, die wir hier ausgewiesen haben, sind tatsächlich über einen Bebauungsplan auch schnell umsetzbar in der Projektierung. Wir haben das Glück, dass hier einmal quer durch, beziehungsweise hier endet die S-Bahn fährt. Hier haben wir einen direkten Anschluss über Offenbach auch nach Frankfurt. Und der Werbeblock, da gehört das mit dazu, der Preis ab 100 Euro Quadratmeter sind Sie dabei. Je nach Lage zwischen 100 und 140 Euro den Quadratmeter. Das ist auch so ein durchschnittlicher Preis, wenn man die Entfernung zum Flughafen nimmt. Das sieht man sehr gut, je näher man zum Flughafen geht und schon steigen natürlich die Quadratmeterpreise. Ja, Innovation. Sie haben vorhin was Schönes gesagt, die Stärken stärken. Als ich noch in der Wirtschaft tätig war und beraten durfte, auch Unternehmen, habe ich genau das gemacht mit auch internationalen Unternehmen. Die Stärken stärken und sich nicht so sehr auf die Schwächen stürzen und versuchen, die Schwächen auszumerzen. In der Tat, viele Wirtschaftsförderungen und auch im kommunalen Umfeld machen dies, machen dies auch nach wie vor. Wir haben unseren Standort analysiert, um zu sehen, wo sind wir denn stark. Und da sind wir unter anderem darauf gekommen, dass wir, jetzt bin ich, früher hat man ITK gesagt, heute ist es Informations- und Kommunikationstechnologie in dieser Branche mit 7,2 Prozent. Und man sieht es dann auf einer Folie später auch nochmal, was das Clustering angeht, im Vergleich zum Bundesdurchschnitt relativ gut vertreten. Ich selbst komme aus der Telekommunikationsbranche, komme ursprünglich allerdings auch nicht hier aus Dietzenbach, war vollkommen irritiert, dass wir über 65 Unternehmen am Standort haben, die entweder EDV, Software oder indirekt mit der ITK-Branche zu tun haben. Und das wollten wir natürlich nutzen. Und um auf Logistik und Mobilität heute zu kommen, ein weiteres Cluster. Sie kennen diesen Cluster-Index wahrscheinlich, der immer im Verhältnis zum Gesamtbundesdurchschnitt steht. Wir haben hier Lagerei, das sind die Kennzahlen hier, Großhandel und Postkurier-Expressdienste, Handel und so weiter. Sind 28 Prozent unserer Gesamtbeschäftigten am Standort, kommen aus dem Bereich der Logistik- oder logistiknahen Dienstleistungen. Wir schauen uns nicht nur Dietzenbach an, sondern wir haben diese Zahlen dann auch mit dem Kreis Offenbach verglichen. Da sehen Sie auch, dass 20 Prozent circa der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Kreis Offenbach, passt ja auch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Dr. Walter, was das Rhein-Main-Gebiet angeht, also hier liegen wir auch voll im Trend, dass 20 Prozent der Beschäftigten tatsächlich im Bereich Verkehr, Großhandel tätig sind. Und der Kreis Offenbach, ich bin froh, dass unser Landrat sehr innovativ ist und auch die Kreiswirtschaftsförderung sich sehr öffnet und versucht über die Stadtgrenzen hinaus und über die Kreisgrenzen hinaus zu denken, dass wir hier ein Leitbild Mobilität derzeit entwickeln im Kreis Offenbach. Da ist auch die KVG, Herr Marz, aktiv mit beteiligt. Und so ein paar Beispiele haben wir hier noch mit angeführt. Wir bauen derzeit, also wir sage ich jetzt einfach der Kreis. Ich sehe mich nicht nur als Dietzenbacher, sondern ich sehe mich als Kreisbürgermeister mit dazu. Mit dem DHL-Paketzentrum in Obertshausen, werden Sie vielleicht wissen, eines der größten Paketzentren in Deutschland. Was im Übrigen Obertshausen vor gewaltige Herausforderungen stellt. Das ist ja nicht nur die Fläche, wo Sie das Paketzentrum hinbauen, sondern die Infrastruktur dorthin, die Verkehrsinfrastruktur. Rewe, im Übrigen einer der größten Logistik-Arbeitgeber hier am Standort Dietzenbach mit über 800 Mitarbeitern. Alleine Rewe-Logistik, die wir hier am Standort haben, baut am ehemaligen G-Spitzgelände, nennt man es glaube ich, in der Nähe, also in Neu-Isenburg, eine Nachbarkommune, das weltweit größte Logistikzentrum derzeit. Wir hätten es ursprünglich gerne in Dietzenbach gehabt, hatten allerdings planerisch das Problem, dass wir die Flächen nicht zusammenhängend der Firma Rewe zur Verfügung stellen konnten. Wir sind trotzdem froh, dass es im Kreise Offenbach geblieben ist. Das wird ein ganz tolles Projekt, voraussichtlich Ende 2015, gehe ich mal von aus, fertiggestellt mit einer Höhe von über 30 Metern. Also wer schon mal vor einem Lagergebäude mit über 30 Metern gestanden hat, das ist also dann durchaus ein sehr imposanter Kubus auch. Ja, nochmal, was ich bereits erwähnte, die überdurchschnittliche Konzentration der Beschäftigten in der Branche Logistik im Verhältnis zu Gesamtdeutschland. Da kommen wir zu dieser, zu dieser, zu den Lokalisationsquotienten von 2,11, der sehr ähnlich auch im Gesamtrhein-Main-Gebiet aussieht. Sie kennen die Zahlen ja auch sehr gut, Herr Dr. Walter. Tja, das Holm und die Region. Sie haben vorhin sehr viel von Vernetzung gesprochen und als ich das erste Mal vom Holm hörte und mir das Konzept angeschaut habe, und damals auch bei der Eröffnung, nicht der Eröffnung, sondern das war der Spatenstich, Lichtfest. Ich war beim Lichtfest da, genau. Spatenstich war ich nicht dabei. Und mir dann genau diese Frage gestellt habe, Sie leben mit dem Holm von der Vernetzung und von dem, was aus der Region kommt. Und ich vertrete auch gerne in der Regionalkammer und in Frankfurt die These, Frankfurt ist nichts ohne die Region und die Region ist nichts ohne Frankfurt. Und diese Wechselwirkung sehe ich sehr ähnlich auch hier in dem Holm. Hier ist Wissenschaft versammelt, hier sind große Unternehmen versammelt, aber das, was die, vielleicht am Ende des Tages auch die Effektivität eines Holms international ausmacht, ist die Vernetzung in die Region, um auch kleineren und mittleren Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, in einer Plattform dort mit ihnen, mit der Wissenschaft gemeinsam zu arbeiten. Aus dem Grund haben wir vor kurzem, Sie erwähnten es, mit dem Landrat Quilling hier aus dem Kreis Offenbach einen Termin gehabt und mit der Kreiswirtschaftsförderung, um die Möglichkeit zu eruieren, wie können wir den Unternehmen im kompletten Kreis Offenbach und wir als Dietzenbach gemeinsam mit Ihnen, Herr Ried, sind da schon ein bisschen vielleicht auch Vorreiter, weil wir gesagt haben, wir wollen da von Anfang an mit dabei sein. Und ich versuche, meine Kollegen in den anderen Kommunen über den Landrat, über Bürgermeisterdienstversammlungen zu motivieren, alle mitzumachen. Denn wir haben eine ganze Menge an Unternehmen, auch große Unternehmen, die sehr großes Interesse hätten, an diesem Netzwerk aktiv mitzuarbeiten. Und ich erhoffe mir, dass wir gemeinsam mit Ihnen das Holm nicht nur eröffnen können, sondern dass wir viele Unternehmer motivieren können, da mitzumachen. Und natürlich bin ich jetzt der Part, der so an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik ist. Weil, ja, ich bin als Bürgermeister Chef einer Verwaltung, aber ich sehe mich eher als Chefwirtschaftsförderer. Und als Chefwirtschaftsförderer ist Ansiedlung zwar ein wichtiges Thema, aber ich möchte unseren Standort auch so attraktiv wie möglich machen. Und wenn ich eine Plattform biete als Standort ins Holm und sage, wenn Sie zu uns an den Standort kommen, wir geben Ihnen den direkten Kontakt in das Holm, dann ist das für mich ein Benefit und ein Zusatz, den ich gerne als Standortbürgermeister dann, da bin ich dann mal wieder Standortbürgermeister, wenn ich jemanden, ein Unternehmen an den Standort holen möchte, da bin ich sehr daran interessiert, dieses zu tun. Der Kreis Offenbach, Businesspartner Dietzenbach, wenn Sie sehen, wir haben, als ich gekommen bin, vor knapp vier Jahren hier ins Amt, wollte ich den Term oder den Ausdruck der klassischen Wirtschaftsförderung weghaben. Und so haben wir nach einem neuen Wort gesucht, das möglichst international auch passt. Und so sind wir auf Businesspartner gekommen. Sie sehen es auch, hier stimmt es nicht, hier stimmt zumindest Corporate Identity, da ist die Kreisstadt Dietzenbach, aber das gleiche, was Sie oben rechts sehen, Businesspartner Dietzenbach. Wir haben uns also neu positioniert, wir haben unser komplettes Marketing geändert und sprechen die Unternehmen als Businesspartner an, haben dort auch eine neue Homepage vor zwei Jahren installiert, die sehr gut frequentiert wird. Das heißt auch hier, neue Wege zu gehen, nicht als Wirtschaftsförderung, denn ich weiß selbst als Unternehmer, wenn ich Wirtschaftsförderung gehört habe, habe ich gesagt, oh Wirtschaftsförderung, Kommune, Verwaltung, das dauert. Und dann haben wir versucht, auch hier innovativ zu sein und einen etwas anderen Weg zu gehen. Das heißt, Businesspartner Dietzenbach, der Kreis Offenbach, BVMW und das HOM, das House of Logistics and Mobility. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam in dem Verbund noch eine ganze Menge stemmen werden. Ich habe noch keine Folie gesehen, kann gar nicht sein. Gleich. Aber es ist, glaube ich, auch die letzte Folie jetzt, die kommt, die Chancen durch die Kooperation. Ich habe es ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte nicht jeden einzelnen Punkt nochmal aufgreifen. Für uns ist die Stärkung der einzelnen Standorte wichtig, weil die Summe der einzelnen guten, starken Standorte wird letztendlich im Verbund im Rhein-Main-Gebiet uns insgesamt als Region stärken. Ich bin ein Verfechter der Region Rhein-Main. Nicht in den jetzigen Grenzen, aber ich wäre froh, wir würden sie in den jetzigen Grenzen wirklich erfolgreich schon mal hinbekommen. Und das werde ich auch als Standortbürgermeister einer Stadt, auch wenn die Politiker, die Stadtverordneten mich da nicht immer verstehen und mir nicht immer folgen, weil sie sagen, wir müssen für Dietzenbach etwas tun und wir sind hoch verschuldet und wir müssen Gewerbesteuer nach Dietzenbach holen. Das ist ähnlich wie, wenn Sie ein Autohaus haben, das sich da Mercedes nennt und dann siedelt sich gegenüber BMW an und auf einer anderen Ecke noch Audi. Vor 20 Jahren hatte man Angst vor dem Wettbewerb und heute sagt man, Mensch, klasse, am besten kommt noch ein, zwei große Autohäuser mit dazu, umso attraktiver werden wir insgesamt als Standort. Und genauso sehe ich das mindestens erst auf Kreisebene und natürlich im Rhein-Main-Gebiet als Metropolregion Rhein-Main. Und ich bin relativ viel international auch unterwegs gewesen. Wir brodeln schon ein bisschen in unserem eigenen Saft hier im Rhein-Main-Gebiet und glauben, dass wir ganz toll sind. Und wenn Sie dann mal in andere Metropolregionen gehen, ich bin jedes Jahr auch auf der Expo Real in München, und sich anschauen, wie man dort sich als Metropolregion präsentiert und wie man auf Frankfurt schaut, manchmal mit einem gewissen Lächeln, weil es dann einen Frankfurter Stand gibt und dann gibt es noch einen Stand Metropolregion Rhein-Main. Also da müssen wir noch richtig dran arbeiten, dass wir verstehen, Frankfurt ist nichts ohne die Region und die Region nichts ohne Frankfurt. Also müssen wir gemeinsam schauen, diese Metropolregion voranzubringen. Und ich als Bürgermeister einer Kreisstadt werde genau diesen Weg, zumindest solange ich in Amt und Würden bin und auch als Abgeordneter im Regionalverband bin, diesen Weg fördern und versuchen, meine Kollegen davon zu überzeugen, dass es funktioniert. Danke Ihnen. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.